Musik Zigtausende Bergsportler tummeln sich jedes Jahr in den Tiroler Alpen, Wandern ist beliebt. Doch für viele endet der Ausflug in die Natur beim Arzt. Neben Herz-Kreislauf-Problemen sind Stürze Hauptgründe für Un- bzw. Notfälle. Doch was führt dazu, dass jemand beim Wandern stürzt? Und zwar an oft ganz harmlos erscheinenden Stellen? Das wollen Sportwissenschaftler der Uni Innsbruck herausfinden. In dieser Studie geht es darum, Risikofaktoren für schutzbedingte Unfälle beim Bergwandern zu identifizieren. Wir arbeiten da in Zusammenarbeit mit der Alpinpolizei und mit dem Kuratorium für Alpine Sicherheit und haben drei Saisonen lang die Daten von allen verletzten Bergwanderern in ganz Nordtirol bekommen. Ziel ist es dann, darum zu schauen, wo unterscheiden sich, bei welchen möglichen Risikofaktoren unterscheiden sich die Verletzten von den Unverletzten. Über 400 verunfallte Personen im Alter zwischen 41 und 71 Jahren waren bereit, bei der Studie der Sportwissenschaftler mitzumachen. Über Fragebögen werden alle wichtigen Daten zu Person und Wanderung erfasst. Die Wissenschaftler besichtigen die Unfallstellen und befragen zum Vergleich dort zusätzlich Wanderer, die an den jeweiligen Stellen nicht verunglückt sind. So lassen sich später Aussagen treffen, wieso die einen hier einen Unfall hatten, die anderen aber nicht. Da gibt es Daten zur Person, Daten zur Bergwanderung, in der der Unfall passiert ist, beziehungsweise von der Wanderung, die die Kontrollpersonen gerade durchgeführt haben. Dann gibt es Fragen zur Risikobereitschaft, zur Bergwandererfahrung, zum gesundheitlichen Zustand, zum Fitnesszustand und zur Ausrüstung. Die Wissenschaftler charakterisieren zunächst die Stürze und deren Begleitumstände. Erste wichtige Erkenntnis, die meisten Stürze passieren beim Bergabgehen. Das Schuhwerk spielt dabei übrigens kaum eine Rolle. Auch nicht, ob mit oder ohne Stöcke gewandert wird. Und auch das Geschlecht fällt nicht wirklich ins Gewicht. Die Daten zeigen aber, was ein triftiger Grund für Stürze sein könnte. Ja, man muss es natürlich sehr vorsichtig interpretieren. Es war ein großer Anteil der gestürzten Personen, gab an, an irgendeiner Fehlsichtigkeit zu leiden. Wir haben das im Fragebogen etwas einfacher abgefragt und eine Brille zu tragen. Wenn man das jetzt vergleicht mit der allgemeinen Bevölkerung, dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass die gestürzten Wanderer eher fehlsichtig sind und das vielleicht ein Risikofaktor sein kann. Aber wir müssen es wirklich genau anschauen jetzt im Vergleich mit der Kontrollpopulation aus den Wandererinnen und Wanderern und nicht aus der Gesamtbevölkerung, wenn wir das vergleichen wollen. Aber es könnte natürlich sein, man kennt es aus anderen Gebieten des Lebens, dass natürlich eine Fehlsichtigkeit und vielleicht ein spezieller Typ von Brillen doch ein gewisses Risiko darstellen könnte. Vor allem vielleicht, wenn die Personen das nicht gewohnt sind. Und noch etwas kristallisiert sich heraus. Einen schweren Rucksack zu tragen, könnte bei Wanderungen gefährlich werden. Das Rucksackgewicht könnte dahingehend begründbar sein, das ist natürlich spekulativ, aufgrund unserer epidemiologischen Daten, dass zum einen eventuell eine erhöhte, verstärkte Ermüdung oder schnellere Ermüdung eintritt. Zum anderen, dass sie gerade beim Bergabgehen natürlich die Belastung dieser abbremsenden Bewegung, wir nennen es eine exzentrische Muskelbelastung, verstärkt und damit natürlich auch die Ermüdung verstärkt. Die meisten Personen sind das, oder viele Personen sind das nicht gewohnt. Das kennt jeder von uns. Wenn man die ersten zwei, drei Bergwanderungen im Frühjahr macht, im Frühsommer und lange bergab geht, bekommt man immer einen Muskelkater, wenn man das öfters macht und regelmäßig macht, nicht so. Und was der Rucksack natürlich auch macht, es erhöht den Körperschwerpunkt der Person. Und das könnte alles vielleicht in Kombination mit anderen Faktoren eine Rolle spielen, um das Sturzrisiko zu erhöhen. Auch Übergewicht spielt wohl eine Rolle. Ob durch die genannten Gründe tatsächlich eine höhere Sturzgefahr resultiert, wird der Vergleich mit der Kontrollgruppe zeigen. Wenn man von Charakteristika der Stürze weitergehen möchte zu Faktoren, die eventuell das Risiko statistisch erhöhen oder erniedrigen, also Schutzfaktoren, dann braucht man irgendeine Vergleichsgruppe. Und das waren von uns die nicht verunfallten Bergwandererinnen und Bergwanderer. Und deshalb brauchten wir diese Interviews und von denen hatten wir im Endeffekt von der Anzahl her dreimal so viel wie gestürzte. Es könnte ja sein, dass ältere Personen öfter stürzen, aber tendenziell auch öfters höhere Schuhe tragen oder umgekehrt. Und diese Zusammenhänge versucht man dann in einem zweiten Schritt der Analyse herauszuarbeiten, dass man später sagen kann, egal ob die Person männlich oder weiblich ist zum Beispiel, das Körpergewicht spielt immer eine Rolle oder es spielt keine Rolle mehr. Derzeit lässt sich Folgendes zusammenfassen. Verunglückte Wanderer sind meist älter als der Durchschnitt. Viele von ihnen tragen eine Brille oder sollten eine tragen. Und sie verunglücken eher beim Bergab gehen. Wer mit leichtem Gepäck wandert, könnte dazu beitragen, das eigene Unfallrisiko zu senken. Genaue Erkenntnisse wird aber erst die weitere Analyse der Innsbrucker Sportwissenschaftler bringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017